Ja, willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise einem neuen Einsatz von... Gasleitung explodiert. Ja, Gasleitung explodiert. Fängt ja gut an. Ach, scheiße. Ja, wieder mit... Neuen Einsatz von Gasleitung explodiert. Machen wir weiter. Achso, ich bin schon dran. Sofort, ich schick mal einen Notarzt hin. Ätzend, ätzend, ätzend. Das Ätzend ist, wie soll ich das sagen? Scheint absperren, das geht ja gar nicht. Ach, Mist. Und die ersten Schaulustigen kommen schon an die Kanzel wegsteuchen mit deinem Mieter-Fohn. Oh, ist das ätzend. Ey, die stehen da ran, gucken sich das Feuer an. Das ist gleich in der Nähe, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das ist besser als vorhin. Da komm, steig aus, Mister. Wir wollen die Schaulustigen wegbringen. Da links könntest du noch eine Straßensperre machen, dass da keiner kommt. Da, wo ich gerade mit dem... Ja, ich steig aus, wenn die Schaulustigen weg ist, wenn die Idee kommen. Wir stehen da oben und die machen alles kaputt hier. Okay, ich würde sagen, da blockiere ich die... Oh, fuck. Ich hab rausgetippt. Ich hab rausgetippt. Ich weiß nicht, wie ich rausgetippt hab. Hoffentlich läuft deine Aufnahme noch. Die läuft noch, ja, das fehlt jetzt noch ein bisschen. Hier, da. Ich sperre recht, wenn ich den Polizeirotor ab. Ich hol noch ein Tanklöschfahrzeug. Ja, so wie beim letzten Mal am besten. Hat ganz gut geklappt. Da ist dicht. Ich hol mal ein Abschleppfahrzeug für irgendwas. Obwohl eigentlich dürfte ich nicht in Luft gehen. Ich würde sagen, dann hol ich noch eine zweite Streife, die irgendwo abdichtet. Das ist aber echt nice, dass das direkt an der Basis ist. Ich muss mal nicht so weit sparen. Ich weiß gut, wie die auch blinken, die Leutchen. Das ist cool. Was, die Leutchen blinken? Ja. Ja, wenn sie abbiegen. Ach so, ja. Obwohl die KI jetzt nicht so die beste ist. Also von den... Die KI, wie guckst du das? Nein, ich meine jetzt von unseren Fahrzeugen. Die stehen sich irgendwie immer... Die gucken sich stundenlang an und machen nichts. So, Leute. Fohlt euch die Schläuche. Stopp, blöden technischen Hilf für keine Geholt. Schläuche, Schläuche, los. Kühlen, lösen, lösen, löschen, löschen. Mit Karte kann man nicht zoomen, oder? Das ist ein bisschen blut. Ja, leider nicht. Weil ich sehe dann gerade nicht, ob da irgendein Kreuz ist für Verletzte. Früher konnte man auch blingblings auf die Karte machen, aber das funktioniert auch nicht mehr. Welche Version hast du gespielt? Äh, vier. Emergency vier. Okay. Hä? Ist aber schon eine Weile her. Kann das sein? Ja, vier. Ja, das ist schon eine Weile her. Ich laufe mal nochmal in der Runde, da ist die ganzen Schaulustücken weg, dann... Wo ist mein Tanklessfahrzeug? Ach, hier. Wieso kühlt ja hier das linke aus? Brennt das auch? Deine Frau, bei meiner Mann haben gerade übrigens gar nichts. Die, die ausgestiegen sind. Die stehen gerade rum und schauen sich einen abgebrannten Baum an. Ja, der muss inspiziert werden. Oh, guck mal, die Nachrichten kommen schon wieder. Seh die. Abschießen. Kann man die nicht irgendwie mit einem Wasserwerfer von oben runterholen? Die Karavane zieht weiter. Zulzana durch. Nee, 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 nee. Hui. Ich brauche noch eine Streife dahin. Oder auch nicht. Boxtin, dann löscht du den Baum deiner Mitte? Ja, ne? Ich lösche den Baum, ja. Gut, dann kann ich meine Leute schon wieder einsteigen lassen. Wo schaue ich die denn hier am besten? Ich schaue die aber zum Kino. Nein, nein, Kino ist gefährlich. Kino ist gefährlich. Kommen ja wieder die Hooligans. Die werden nur zu Hooligans, da musst du auffallen. Was gibt's? Bin unterwegs. Kino ja der Hotspot für alles, der für Gewalt. Schlecht, schlecht, schlecht. So, ich stelle das mal, stelle ich jetzt mal ein Ding hier hin. Ich lasse dich hier stehen. So, scheint erledigt zu sein. Das ist ja relativ, ja. Juhu, super. Dann würde ich mal sagen, dass wir die Leute wieder frei und dann Sima ist gleich wieder frei. Ja, ich lasse meine mal hier beim Headquarter stehen. Ist ja schon mittig. Und du kien. Die, 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 die. Gut, es kommt den nächsten Einsatz warten. Das war jetzt, das war schnell ein Rutsch. Atombomben-Explosion. Ich sehe schon. Scheiße, Atomanschlag hier. Infaktieren Sie bitte die Stadt. Atomanschlag. Aber gehören Sie alles. Oh, fuck. Oh, ich hole mir mal so einen Feuerwehrtaucher. So, Not. Was? Einen Taucher? Ja, falls es, also hier oben ist ja ein Fluss. Es kann auch einen Unfall geben, wenn, dann fliegt so ein Ding, Auto mal in den Fluss rein. Und dann muss erst der Taucher da rein und dann muss dein Kran da kommen und, äh. Ist der ertrunken, der Typ, dass die Taucher da sind. Ja, aber das Auto müssen wir abstellen. Das ist wertvoll. Das ist Metall. Ach ja, und die Menschen sind, naja, okay, es gibt's den ja. Die bringen ja kein Geld. Die sind ja wahrscheinlich krankenversichert, das ist ja alles. Achtung, Brandstiftung im Einsatzgebiet. Nicht schon wieder. Okay, in Orden. Nicht schon wieder. Da oben in der Ecke. Schnell, schnell, schnell. Sedi, Sedi, Sedi. Aber weiter, ich hole einen Helikopter. Drück mal weiter. Helipopter, Helipopter. Weiter, weiter, weiter. Sorry, weiter. Du musst es weiterdrücken. Jep, 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 sofort. Ich schicke schon mal ein Löschfahrzeug hin. Ja, ich schicke meinen auch. Notruf schicke ich auch mal hin. Ja. Notarzt, Zeug. Ja, einfach erschießen Sedi einfach. Weil hier schauen Kinder zu. Das kann sein, dass die Rauchvergiftung erleiden. Ich mach schon mal direkt den kloppten Dinger da oben zu, dass da oben keiner mehr reinfährt. Das ist übrigens wieder die gleiche Bitch von vorhin. Jetzt läuft sie weg. Mit dem pinken Hemd. Ich glaube, die hat also mit dem Bratschen. Wir haben gar kein Geld mehr. Heli war so teuer. Ich glaube, diese Bitch mit dem pinken Ding ist extrem pyromanisch. Was soll das denn werden? Ich verfolge die mal. Ich zünde wieder eins an. Ja, soll ich den machen? Don't know. Ja, das dachte ich mir schon fast, dass du nichts weißt. Hey, hey, hey. Was ist denn mit ihr kaputt? Nee, die läuft gerade weg. Die läuft gerade Richtung Leuchtturm. Leuchtturm? Die läuft ins Wasser. Die läuft ins Wasser. Ja, dann ist gut. Dann ist gut. Da kann sie hin. Die will sich ertränken. Ich sag's euch. Ja, schieß sie. Warum bleibt sie jetzt dort stehen? Boah, die zündet den Leuchtturm an. Was? Alter, was geht denn mit ihr bitte? What the fuck? Die zündet den Leuchtturm an. Die kämpft immer noch ein. Wie ist es nicht wert? Wie ist es nicht wert? Ich hole noch einen Feuerwehrwagen. Absolut. Ach, geht gar nicht. Fuck. Straßensicht, da kommt zumindest mal keiner mehr hoch in die Stau. Hey, ich habe eine Auszeichnung bekommen. Ich gehe mal auf Weiter. Scheiße, was machen wir mit dem Leuchtturm? Ja, ich werde stehen. Ich habe noch eins übrig. Ich schleppe mal die Schaulustürme. Ich lasse hier anfangen zu brennen da oben. Okay. Das wäre wirklich schlecht. Ey, 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 ey. Warum haben wir kein Geld? Ich habe einen Helikopter gekauft. Wir haben einen Helikopter gekauft. Warum ist denn der so teuer? Weil es ein Heli ist? Ja, aber das ist unter Kontrolle hier. So, hier neben wird noch ge... Ja, das ist alles wunderbar. Nur, dass sich keine Menschen verletzen. Ich blockiere hier schon wieder alles. Ich ziehe die mal so ein bisschen hier hinter. Ja, nicht, dass deine Dinger hier nach explodieren. Überall Wasser. Was ist denn? Bist du da mit, Leutchen? Leutchen, hier. Hier geht es lang. Hier ist der Weg. Alles gut, hier ist alles gut. Einfach folgen, einfach super. Ach, hier hinten steht noch ein Feuerwehrtyp von mir. Den muss ich gleich mal abholen. Gut, dann schicke ich mal den Heli zurück in die Basis. Die TUS ist ja gefangen. Leuchtturm ist auch... Nee, noch nicht. Der ist gleich... Der soll doch gleich gelöscht sein. Wie kann Leuchtturm so schnell anfangen zu brennen? Das ist doch gar nicht. Ja, wer weiß, womit ihr darauf geworfen habt. Gibt es wieder Bordelz aufs Rauf oder was soll das denn werden? Was gibt's? Schon unterwegs. Seid sie nicht mit dem pinken... Mit dem pinken Overalls, der nicht aus wie so ein Tutsi, die im Monotau schirft. Nämlich... Eieiei, es leuchtet. Na gut, das haben wir dann gleich unter Kontrolle. Sehr gut. Eieiei. Schon wieder hier Stress am Anfang der Folge. Ja, man hat gar keine Zeit, hier vernünftig einzuleiten. Gucken, wie lange wir uns diesmal halten, ey. 20 Minuten. Letztes Mal war er irgendwie unglücklich. Ja, war genau passend. Ja, wenn sie da hat, die Tutsi im... Ey, wo rennt die hin? Ey, die können doch wieder ins Haus. Das ist alles in Ordnung. Achso, das ist alles gelöscht. Da ist nur ein bisschen Schleim oben drauf. Ach nee, das sind die Manschkall hinterm Haus. Die Manschkall hinterm Haus, ja. Da brennt ein Baum. Mach ich alles in Ordnung. Ja, ist alles in Ordnung. Das muss so sein. Übrigens ist da ein tollwürdiger Hund oder sowas. Keine Ahnung. Nee, einfach nur ein Hund. Hoffe ich. Ich schicke mal die Polizisten zurück zum HQ. Ja, am besten irgendwo in der Mitte der Map. Und dann hole ich mal... Oh, der Nebel hat aufgehört. Wunderschön. Der Polizist ist weg. Der ist weg! Ach nee, der ist in der Brücke drin. Okay. Wo ist der? Der mit der Brücke abgespeilt ist in der Brücke drin. Okay. Achso. Warum laufen die Kinder in den Wald, wo es brennt? Und du läufst ja in der Brücke drin rum. Also, ja. Jetzt wird es gerettet. Tollwut! Ein Rudel tollwürdiger Hunde greift Passanten an. Fuck. Schalten Sie die Hunde aus? Versorgen Sie ihre Auffahrt. Ich hole mal schnell hier unsere beiden. Mach mal weiter. Ich brauche so ein Genre-Dingens. Pass auf, die haben nur noch 10.000, ne? Müsst aufpassen. Ich habe da drin keine Schützen im Ding. Mit dem Polizisten kann ich nicht schießen. Ja, los. Ich drücke einfach weiter. Wo ist denn Verletzter? Ich sehe ihn nicht. Ich kann gegen die Hunde nichts machen. Ja, Fedi, auf geht's. Kannst du die erschießen oder so? Die Hunde nicht, da brauche ich ein Ding ins Führen. Oh, fuck. Da brauche ich einen Sondereinsatzwagen für. Das kostet so viel, oder? 10.000 hätten wir. Alter, lass den armen Opa in Ruhe. Sinan, schick dein Feuerlöschding mal auf den Leuchtturm. Ich schicke gerade die Polizeistreifen zum Amor. Heiliger Bimmer, was macht denn der? 55.000 Credits, sehr gut. Der schießt einfach auf alle. Das ist ein Amor-Läufer. Das ist ein Pink-Mini-Rock. Was soll das denn werden, ey? Soll er irgendwie Pink-In bei Amor-Läufern und bei Brandstiftern oder was hier? So. Die Hunde tot? Ähm, nee, die laufen gerade noch durch die Stadt. Aber ich habe bis jetzt nur einen Verletzten, den ich gerade versorge. Oh, nochmal 55.000 Credits. Ah, nee. Ah, das ist der Köter. Nee, die kam jetzt erst mal hier. Komm schon, Scharfschlüsse, steig aus. Wir brauchen was zum Schießen. Wir müssen bumm, bumm. Ach, Bus nervt doch nicht. Warte, hier sind die Hunde. Der Hund dürfte gleich tot sein? Hä, was macht der? Der jagt den, okay. Die gelben Punkte auf der Karte? Also diese gelben Blitze sind Hunde oder sind die auf jeden Fall was für Polizei? Da spielt gerade eine GTA. Was? Ah, okay, da bist du gerade mit dem Bullen dran, okay. Halt ja, die erschießt die Autofahrt. What the fuck? Die schießt auf alles, die schießt auf alles. Die ist halt krank geworden. Junge, der hat die eigentlich mal alle Lachen. Warum sind das immer Frauen, die austicken? Das Spiel, wenn du... Desperate Housewives oder so. Krass, oh, die werden voll angefallen. Ey, das ist der Köter. Mein Polizist ist zu lahm. Der kriegt den Köter nicht gefangen. Ja, aber dein Panzer... Ach, genau. Jetzt steigt er aus. Schieß. Okay, einer ist weg. Oh mein Gott, die sind mit Tollwut infiziert, ne? Einer ist auch weg. Shit. Ja gut, es sind aber nur zwei, das ist noch... Das ist manageable. Ah, es ist noch ein Hund, das ist noch ein Hund. Nicht, dass die gleich wen anfallen. Der muss auch sterben. Er hat kein Tollwut. Unten am Kreis ist auch noch ein Hund. 10.000 Punkte. Das geht mit einem anderen Polizisten, eigentlich. So, du kannst... Der macht aber nichts. Der steht da vor, der ist AFK. Jetzt habe ich nichts. Der trifft den aber nicht, gell? Der hat zweimal getroffen, er war im Blut. Ich habe schon rausgetabt. So ein... Oh, hier hat er eine Grippe. Deaktivieren... Ne, der hat Tollwut. Mit zwei Spielen kann man das nicht spielen. Mit zwei Spielen geht er gar nicht. Schieß diesen Böden, könnte das mal kaputt, ey. Oh, ey, ist er mein... Na, guck mal, Sinan, der Leuchtturm ist fällig. Oh, sehr schön. Du stehst mir im Weg. Du stehst mir im Weg. Ich kann eigentlich wegfahren. Entschuldige, ich fange zurück zur Basis. Was ist mit Tollwut? Ah, noch einer Tollwut da. Oh, hier liegt ein toter Hund. Ja, die brauchst du nicht abschleppen. Hey, eine Auszeichnung. Seh, die hat eine Auszeichnung. So, aussteigen und verarzten, bitte. Ups, Allah, tut mir leid. Okay. Der kann schon mal zurück. Oh, die ist fast gestorben, sehe ich gerade. Da sind noch zwei... Im Kreis sind noch zwei Verletzten. Oh, ich liebe dieses Spiel. Schicke ich mal auch noch ein... Ja, das Spiel ist voll super. Okay. Das Spiel ist klasse. Jetzt können wir die Beine zurücklegen und warten, bis der nächste Einsatz kommt. Ja, ich kaufe mir mal noch ein Tanklöschfahrzeug. Dann schicke ich mal die Polizei zurück zum Hercule. Da sind auch noch mal zwei Kranke. Oh, shit, wir brauchen... Oh Gott, wir brauchen... Mach mal weiter, wir brauchen schnell, weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ich habe schon weiter gedrückt. Die sind dann du auch. Ja, sofort. Was? Wieso? Sofort, 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 sofort. Wir brauchen noch ein Zeug. Ach, sind die Fahrzeuge kaputt oder was? Eins hat sie kaputt bekommen. Das andere dampft ein bisschen. Krampfen ist nicht gut. Na, aber das hat nicht viel verloren, das soll doch nicht überleben. Oh, shit. Wir brauchen Kühlung da unten, schnell. Kühlung, Kühlung, Kühlung. Wo denn, wo denn, wo denn? Kühlung kommt. Das geht hier alles... Oh Gott, das ist... Wo denn, wo denn? Da, wo der Amoklerhofer war. Wo waren die genau? Oh, da ist ein Auto explodiert. Im Osten der Stadt. Ja, ich bin unterwegs. Da bei dem gelben Punkt. Da, wo der Stau ist. Es gibt ja eine Zeit, wo wir da unten. Ach, du, Herrdinger. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Das ist gut. Schon unterwegs. Fahr mit deinem Abschleppwagen mal nicht zu nah ran. Ich schlepp den den Vorderen schon mal weg. Ja, ich glaube, ich komme noch rechtzeitig an. Also Tollwut heilen dauert irgendwie fünf Stunden. Na gut. Tollwut heilen geht auch nicht so einfach. Eiei, ja, der wird gekühlt, der wird gekühlt. Ganz ruhig. So, du fährst hier wieder zurück. Gott. Muss man den auch reparieren jetzt? Nee, gell? Nee. Den musst du abschleppen. Dann brauche ich noch einen Abschleppwagen. Immer weiter, Leute. Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Drücke weiter, Sinan. Oh, Entschuldigung. Der ist doch nicht kaputt, der Wagen da vorne. Der tickt aber so runter. Was? Der ist doch nicht kaputt, der Wagen da vorne. Ach so, der ist gar nicht kaputt. Nein. Wehe, der fährt, also wenn der gleich weiterfährt, dann ist er mal. Das ist aber Polen offen, ja, das will das so sein. Am Kreis ist noch ein Verletzter, ne? Ah, dann bist du gerade, okay. Nee, den musst du gar nicht abschleppen, der fährt, der fährt nicht mehr. Den musst du mal abschleppen, Tatsache. Der fährt nicht mehr. Gasleitung exkludiert, aber gleich in der Nähe. Ach, neben der Basis direkt, wunderbar. Ja gut, da wird eh keiner hinkommen, dann spier ich mal da vorne ab mit dem Polizisten. Wo ist mein Feuerwehrwagen? Da. Ach, das ist ja geil. Das ist gleich in der Nähe. Das ist dicht. Ähm, ja. Da passiert nix. Zack. Okidoki. So, ich schaue jetzt hier aus. Notarzt kann zurück. Oh, das geht nach unten. Das geht nach unten? Ja, dann stelle ich mal unten noch einen hin. Das springt langsam, aber stehe ich nach unten über. Ja, wobei, jetzt dürfte ich eigentlich nicht auf die Bäume nach unten überspringen, oder? Ich lasse trotzdem mal unten einstehen. Ist der im Kreise geheilt? Der wird gerade geheilt, okay. Jetzt können wir dann Rudi, ich muss ihn umlegen, warte, muss alles gelöscht. Kann man mit dem Waldländen löschen? Wald? Wo? Da rechts wird den brennt ein Wald. Rechts? Ja, rechts davon brennen ein paar Bäume hin. Achso, rechts von dem brennenden Gebäude. Ja, er kommt von hier unten ran. Ich geh mal hinten hin. Rudi, ich lasse mal hin. Ah. Der hat im Kreis immer noch nicht geheilt. Was wird denn das? Ja, ich versuche es. Achso, das dauert noch. Das dauert noch. Der ist fast gestorben, deswegen. Rettungswegen. Wo denn? Ähm, da wo dein Typ gerade zwei heilt. Ich weiß, den einen, da fährt gerade einer hin zum Abholen. Die Frau mit dem roten Oberzeil. Ich werde einfach mal die Ausfahrt vom Hauptquartier abholen. Ich bin unterwegs. Ey, vielleicht fällt der jemand rein, wer weiß. Ja. Und wenn es explodiert, kommen wir nicht raus. Ja, das ist zu schade. Ach, Feuerwehrmann. Was läufst du denn da unten hin und holst dir deinen scheiß Hydranten? Feuerwehrmann. In Version 4 schlauer. So, der muss wahrscheinlich auch gleich abgeholt werden. Ja, dann brauche ich noch einen. So. Schaut es mit dem Feuer aus? Ja, es ist voll unter Kontrolle. Unter Kontrolle. Wunderbar. So, sehr gut. Ich sage, du hast ja bald mal geheilt. Ich werde mitten auf der Straße heilen sich. Ich weiß, das dauert noch. Blockieren den Garten. Ein, zwei Millimeter noch. Der ist gleich. Ja, jetzt hat er gleich. Und, drei, jetzt hat er. Yeah, Baby. Und weg hier. Gut, das läuft doch. Wir haben 71 Dollar, Freunde. What? Warum? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich hoffe, wir bekommen jetzt wieder Geld. Ich hoffe, wir haben 500. Weil wir zu viele Einheiten im Einsatz haben. Nein, die Kosten. Die Kosten haben wir Geld pro Runde. Doch, das steht extra da. Wo steht denn da Kosten pro Runde? Wenn du irgendwo draufkriegst, dann gehst drauf. Einsatzkosten 1000. Ja, Einsatzkosten, das ist das, was du. Wenn du es kaufst. Okay, okay, okay. 1500 haben wir wieder. Auf den Weg. Ich schicke jetzt einfach alle zurück. Die brauchen wir ja gerade nicht. So, HQ. Kann man sich auch mit der Ausrüstung freispielen? Kann das sein? Was? Keine Ahnung. Da steht nämlich, dass man sich irgendwie im Auto Straßen spüren kann. In manchen Dingen kann man sich nur eine Straßenfahrer mitnehmen oder so ein Quatsch. Egal. Egal. Weiter. Nee, das ist das, was in dem Fahrzeug, was die Typen sich da rausholen können. Kannst ja so Krähenfüße auf die Straße werfen. Alle Autos kaputt machen. Das ist eine gute Idee. Ja, falls irgendwo eine Geiselnahme oder sowas ist und die abhauen wollen. Da freue ich mich schon drauf. Geiselnahme. Ich glaube nicht, dass es so klappt, wie man es mir vorstellt hat. Bei der AI fahren die irgendwie hinter dem Meer oder so. So, da wird gelöscht. Das passt alles. Ja, lief ganz gut. Ach, guck mal, das haben wir geschafft. Wunderbar. Nee, fertig. Ich habe eine Auszeichnung bekommen. Aber irgendwie Gasleitung-Experate ist immer noch am Brennen. Ja, ja, das ist immer noch am Brennen. Die Bäume brennen irgendwie. Am Bäumchen. Ach, das ist der ein. Das ist okay. Okay, ich dachte, das ist bei der andere ein. Das ist okay. Nee, das war wieder ein... Oh, shit. Mehrere Tiere. Och, nee, nicht so wieder. Ja, gut, da oben ist gut kontaminiert auf das... Eigene Grenze auf der Insel, das passt eigentlich. Gut kontaminiert. Das sollte nicht so viel schief gehen da oben. Die laufen so einer mit einer pinken Oberzahl hinterher. Ja, aber es dürfen nicht zu viele sterben, weil wir, glaube ich, nicht so viel Geld haben für RTWs. Oh, jetzt habe ich auch weitergedrückt, ich vollidiot. So, die Bäume sind gelöscht. Meine Polizisten sind schon auf dem Weg. Das passt eigentlich alles. Wenn die mal nicht so lang fahren würden, ne? Schon unterwegs. Ähm, ich müsste dann noch kurzen Dings bestellen. Ja, ich drück mal. Ja, weitergedrückt. So. Danke. Ah, der Typ hält sich wacke, der weißen. Gegen den Hund hält sich wacke, hält sich wacke. Die Frau im, 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 im Nord, muss ich überlegen. Nordosten hat zwei an der Backe, ja. Das ist natürlich Pech, aber da kann man nicht viel machen, ne? Jetzt ist sie umgefallen, die Arme. Ja, gegen zwei Hundchen, schlecht. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Wir brauchen Schaffnissen. Wenn du mit den Hunden fertig bist, könntest du deine Absperrung da mal wegnehmen. Da kommt man schlecht durch. Moment. Ein Hund ist schon mal weg. Und die zwei sind unten bei der Frau. Das waren Gott sei Dank nur drei, so wie es ausschaut. Ah ne, eins ist noch in der Siedlung drin. Was eins? Eins Hund, oder? Ein Wolf. Ach so, das sind Hunde. Eins Hund. Eins ist noch da. Fuck you. Ne, der Wolf ist nicht böse. Ach so, das ist ein Haushund, oder? Eins Haushund. Ich seh den Köter nicht, der ist noch so ein Schirm versteckt. Doch, da sind zwei Hunde. Doch, ich glaub die sind böse. Er schieß einfach alle Hunde. Ich seh diesen Köter nicht, der ist so ein... Dreh doch die Kamera. Ja, der ist aber versteckt, jetzt hab ich ihn. Zack, weg. Wunderbar. Oh, er hat Zollwutz, ich heil ihn mal schnell. Der arme Kerl. Ja, ich nehme erstmal die, die da krampfend auf dem Boden rumliegt. Ne, der ist nicht böse, der Hund, der ist lieb. Ne, ich mein die Frau, die da im Haufen fleht. Am Strand. Hast du ein Dings bestellt? Hä? Wie was? Was? Ne, am Strand da bei den roten... Ich schick jetzt einfach noch einen Notarzteinsatz. Oh, 2500, was kostet das? Einsatzkosten 500. Hey, das geht ja noch.